Vor 4 Monaten hat der Denker in mir ein Experiment gestartet, wo ich ausprobiert habe wieviel Kleidung mein Ego wirklich benötigt. Heute 4 Monate später das erste Update. Guten Morgen. Das Video zum Start des Experiments habe ich Euch nochmal oben in den Infokarten verlinkt. Wie bin ich denn damals gestartet? Ich habe 3 Oberteile, eine lange und kurze Hose, 7 Schlüpfer und 7 Paar Socken einfach in den Fach getan und versucht damit klar zu kommen. 7 Schlüpfer und 7 Paar Socken ist immer noch ausreichend und daran hat sich auch nichts geändert. Aber an Oberteilen und Hosen ist jetzt wieder mehr in Benutzung. Ich habe jetzt statt einer kurzen und einer langen Hose eine kurze und 2 lange Hose in Benutzung und bei den Oberteilen statt 3 sind es mittlerweile 8 Oberteile geworden. Dazu kam auch noch ein komplettes Set an Kompressionsunterwäsche gegen die Kälte. Das ist jetzt nach 4 Monaten der zahlmäßige Stand. Ich habe natürlich noch sehr viel mehr Kleidung außerhalb dieser benutzten Sachen gehabt und auch immer noch, aber diese immer Stück für Stück weiter reduziert. Vor 5-6 Jahren hatte ich einen eigenen Raum nur mit Kleidung. Darin waren 2 viertürige Kleiderschränke und 6 Stangen voller Anzüge, Hemden und Jacken. Das Zimmer war 20m² groß und quasi überall an der Wand bis auf den großen Spiegel alles mit Sachen bedeckt. Mittlerweile habe ich noch einen dreitürigen Kleiderschrank den ich auch immer weiter ausgeleert habe und auch ausleere. Mittlerweile habe ich nur noch 2 Fächer voll Kleidung. Das eine Fach eben mit denen die ich benutze und die anderen von denen ich mich noch nicht trennen kann. Und im Mittelteil ist auch noch eine Stange mit ca 15 Bügel mit Hemden, Anzügen und Jacken. Den Rest des Schrankes habe ich mit anderen Dingen im Haushalt aufgefüllt. Sodass ich jetzt auch nur noch einen Schrank habe wo quasi alles außerhalb der Küche drin ist und in meinem Schlafraum mit Bett, Schrank, Tisch und Stuhl keinerlei Sachen mehr die ich noch minimalisieren möchte. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Der Schrank ist eben für die Kleidung und alles mögliche was ich sonst noch habe, Technik und Erinnerungen oder Dokumente, dann das Bett das ist halt eben zum Schlafen, der Tisch zum Arbeiten und der Stuhl der eigentlich ein ausklappbarer Settel bei mir ist und eigentlich auch nur für Gäste die bei mir schlafen wollen und auch die einzige Sitzgelegenheit für Gäste die nicht die ganze Zeit stehen wollen oder mit mir im Bett liegen. Denn ich brauche eigentlich keinen Stuhl, weil ich arbeite im Liegen, mein Tisch ist quasi neben dem Bett in der richtigen Höhe, sodass ich aufgrund meines Bandscheibenvorfalls eben im Bett arbeiten kann. Ich kann nur sagen, es ist ein wunderbares Gefühl Stück für Stück im letzten Jahr freiwillig minimalisiert zu haben. Ich war ja schon vor 5 Jahren gezwungen von einer 200qm Wohnung wo ich alleine gelebt habe auf eine 130qm Wohnung wo ich zusammen mit meiner Freundin gelebt habe zu minimalisieren. Das fühlte sich aber damals eher so an wie eine Kastration, auch wenn ich heute darüber dankbar bin. Und dann bin ich von einer gemeinsamen 130qm Wohnung eben dann wieder alleine in eine Wohnung gezogen, in die jetzige mit 28qm Wohnung und musste abermals minimalisieren und auch da war wieder viel Zwang dabei. Und ich habe meine 28qm Wohnung ziemlich vollgequetscht, einfach mit dem Wunsch alles wofür ich mein Geld ausgegeben habe das auch noch in die Wohnung zu bekommen. So ein ganz großer Fehler den wir immer wieder machen. Wir tun aus unserer Vergangenheit Fehler die wir gemacht haben, nicht neu überdenken und sagen okay jetzt habe ich das einmal gemacht und nun bleibe ich dabei. Natürlich tut es weh Geld ausgegeben zu haben und dieses dann einfach zu verschenken. Aber es war ein Fehler und wenn man sich jetzt glücklicher fühlt damit, dass man weniger hat und eine ganz starke Intuition hat, dann sollte man der auch folgen. Und entsprechend jetzt im Zuge des Minimalismus und Hauptinspiration diesbezüglich auch um das zu benennen, war die liebe Hanna, deren Kanal ich oben auch nochmal verlinke, habe ich Stück für Stück abgebaut und nun den ersten Raum quasi so gestaltet, dass ich komplett glücklich bin. Für diejenigen die nicht wissen was Minimalismus bedeutet, es bedeutet nicht dass man so wenig wie möglich hat, dass man immer weiter minimalisiert und irgendwann auf dem Boden schläft und nichts mehr hat, sondern es bedeutet dass man so viel hat wie man persönlich für notwendig erachtet. Es geht einfach darum keinen unnötigen Konsum zu tätigen und alle Gebrauchsgüter die man in Benutzung hat, einer erneuten Prüfung zu unterziehen, denn jeder Besitz den man hat der verpflichtet auch. Das werdet ihr spätestens dann realisieren wenn Eure Elben sterben und ihr den Haushalt auflösen müsst, ihr könnt das nicht einfach so alles lassen, sagt es interessiert mich nicht. Wenn man etwas kauft, dann hat man dafür Sorge zu tragen und je weniger man besitzt, desto freier und sorgenfrei kann man leben, das ist ein ganz einfacher Zusammenhang, den viele nicht realisieren. Viele häufen einfach nur Besitz an, weil sie von der Werbung beeinflusst werden und dann denken sie bräuchten etwas. Aber schaut Euch mal in Eurer Wohnung um, schaut Euch mal um was ihr wirklich braucht. Ich kann nur nach ca 1,5 Jahren sagen wo ich meine Wohnung sukzessive minimalisiert habe, es lohnt sich diesen Weg zu gehen, es lohnt sich wirklich, es befreit und es muss auch nicht von heute auf morgen sein, viele denken Minimalismus, ich mache jetzt das Minimalismus Game und du jeden Tag was wegschmeißen. Nein, es kann natürlich sein wenn ihr so ein Typ seid, aber macht es Stück für Stück wie es sich angenehm anfühlt. Anfangen damit bewusster einzukaufen, das ist mal das Erste, ihr könnt ja die ganze Zeit wegschmeißen, wenn ihr wieder Zeug dazu kauft, dann macht das keinen Sinn. Also bewusster Einkauf, keine Spontankäufe, genau überlegen ob man das wirklich braucht. Wenn ich Euch sage, dass ich für meine Kleidung, die zum großen Teil aus Markenklamotten und maßangefälligten Teilen bestand, locker 20.000 bis 30.000€ in den letzten 15 Jahren ausgegeben habe, dann ist das wahrscheinlich noch defensiv geschätzt. Und wenn ich bewusst konsumiert hätte, dann hätte ich jetzt sicher 10.000 bis 20.000€ mehr auf dem Konto. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Konsum führt auch dazu, dass ihr Verpflichtungen aufbaut, weil ihr müsst ja konsumieren oder ihr wollt konsumieren, Geld ausgeben und da baut ihr Verpflichtungen auf, eurem Arbeitgeber gegenüber, den Kreditinstituten wo ihr Haus abbezahlen muss und natürlich auch eurem Ego gegenüber. Besitz führt oft zu Anerkennung in der Gesellschaft. Während ich früher als reicher Mensch von der Gesellschaft hofiert und respektvoll anerkannt wurde, werde ich nun als jemand, dass er wenig Besitz hat, von exakt dieser Gesellschaft oft respektlos behandelt und oft gar nicht mehr beachtet. Zum Glück habe ich damals schon über die Gesellschaft und deren Oberflächlichkeiten und auch ihrer primitiven Verhaltensweisen nachgedacht und erkannt, wie abgestumpft und wie manipuliert diese Masse an Menschen ist. Deswegen bin ich ja auch irgendwann dazu übergegangen und gesagt, ok da reicht nun bitte weg. Ach bevor ich es vergesse noch ganz wichtig, den besten auch suggestiv wirkenden Film zum Thema Oberflächlichkeiten und zum Thema wie einfach die Gesellschaft gestrickt ist, den habe ich Euch mal unten verlinkt in der Infobox. Den gibt es mittlerweile schon für 5€ oder so. Den müsst ihr Euch unbedingt reinziehen. Also richtig Augenöffner. In meinem Umkreis haben sehr sehr viele Menschen angefangen zu entrümpeln und sich von allen unnötigen Besitz zu trennen und wirklich allen, allen die damit angefangen haben zu minimalisieren, allen, allen geht es jetzt viel besser damit. Das ist eine persönliche Erfahrung die ich Euch mitteile. Das sind locker 10-15 Leute die das intensiv machen, die intensiv ihre Wohnung minimalisieren. Das sind 10-15 Leute die genau wie ihr ein Leben habt, die genau überlegen was mache ich um glücklich zu sein, welche Entscheidungen treffe ich usw und die mit all ihrer Lebenserfahrung und mit all ihrer Konditionierung sich dafür entschieden haben wir minimalisieren unsere Wohnung. Befreiung und all diesen Menschen genau Menschen wie ihr geht es jetzt besser. Möchtet ihr dass es Euch besser geht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass es Euch damit besser geht. Nehmt diese Erfahrung an. Das ist ganz wichtig die Information die ich Euch jetzt teile. Das Teilen der Erfahrung von 10-15 Menschen. Das ist sowas wie eine Befreiung und setzt gleichzeitig auch wieder neue Impulse frei. Impulse frei in Bezug auf sein privates Umfeld zu überdenken. Es schafft neue neurologische Netze. Man hat etwas geändert und man fühlt sich gut dabei. Und so minimiert es die Schwelle die es zu überwinden gilt wenn es darum geht sowas wie ein Job oder ein privates Umfeld und Freunde kritisch zu überdenken und eventuell zu verlassen. Und deswegen ist es so wichtig und gerade der Minimalismus ist so eine einfache Sache die Dinge loszulassen, dass ich sie Euch wirklich ans Herz lege. Einige meiner Freunde arbeiten nun statt 40 Stunden einfach nur 20 oder 30 Stunden und haben mehr Zeit für sich. Dass sie weniger konsumieren und sich auf die essentiellen Dinge konzentrieren können und lassen sich nicht mehr von der Gesellschaft manipulieren. Wie wichtig es doch ist ein fettes Auto zu haben oder ein Haus zu kaufen. Oder eine ganz Altersvorsorge. Eines der unsinnigsten Dinge die man überhaupt machen kann. Oben Infokarten unbedingt angucken. All diese Dinge führen immer wieder zu Abhängigkeiten und immer wieder zu Verpflichtungen und bedeuten dass Du in diesem Hamsterrad immer wieder gefangen bleibst. Einige meiner Freunde zieht es zu Gemeinschaften und kaufen sich eben ein Stück Land und bewirtschaften es. Die ganze Blase an Luxus und die damit von Marketing assoziierte Zufriedenheit zerplatzt. Konsum ist einfach nur eine moderne Form der Sklaverei. Genau wie das starre Anhängen an Glaubenssätzen. Der moderne Mensch emanzipiert sich von der Gesellschaft hin zu einer Gemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Prozess und auch eine Stufe der geistigen Evolution. Weg von Zwängen, weg von Ellenbogengesellschaft und Borniertheit hin zu Freiwilligkeit und Liebe. Und im Informationszeitalter geht diese Entwicklung rasanter als jemals zuvor. Wenn ihr diesbezüglich weitere Inspirationen wollt bewusster zu leben und euren Geist zu transformieren, dann abonniert auch meinen Kanal. Und trefft mich auch mal während der Wanderung oder der verschiedenen Reisen die ich mache. Zum Messen oder eben zu anderen Potlucks. Und lasst uns darüber reden. Lasst Euch wirklich davon inspirieren. Wenn Ihr selber den Schritt aus Eurer Überlegung nicht heraus treffen könnt. Oder andere Youtube Kanäle die sich mit Minimalismus beschäftigen. Die Euch vielleicht ein bisschen mehr touchen. Weil die Art des Vortragenden Euch einfach mehr anspricht. Dann sucht Euch vielleicht eine feingeistige Redende junge Frau, die Euch vielleicht mehr inspiriert. Und deswegen über Liebe reden ist das eine. Liebe zu erfahren ist etwas ganz anderes. Und deshalb kann ich Euch nur animieren versucht realen Kontakt zu Menschen aufzubauen, die sich mit Minimalismus beschäftigen. Die sich mit Liebe beschäftigen. Die sich mit einem bewussten Leben beschäftigen. Entsprechend wird Euer Leben auch bewusster und Euer Leben besser. Ich kann Euch wirklich nur ans Herz legen. Denkt darüber nach. Tut es nicht als Modeerscheinung ab. Das ist eine Stufe der geistigen Evolution. Wir haben immer mehr. Wir wollen immer mehr. Wir wollen immer Besitz, Besitz, Besitz. Wir sind in einem Zeitalter wo wir nicht mehr um unser Essen kämpfen müssen. Wir brauchen nicht so viel Besitz. Das ist eine moderne Form der Sklaverei in diesen Kreisläufen des Konsums drin zu bleiben. Konsum ist wichtig. Natürlich müssen wir konsumieren. Aber bewusst konsumieren. Keine Extreme einschlagen. Nicht Minimalismus. So wenig wie möglich dass ich am besten gar nichts mehr habe. Oder halt eben das andere in diesem Kreislauf drin bleiben. Sondern schaut einfach genau was braucht ihr wirklich. Den Weg der goldenen Mitte. Ich wünsche Euch alles Liebe und dass ich Euch irgendwie erreichen konnte. Das ist meine Hoffnung. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss. 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 朵